Herzlich Willkommen hier im Autohaus in Oklu. Mein Name ist Herrn Ludwig und ich darf Ihnen heute den OpenSafira vorstellen, den wir bei uns stehen haben. Das Fahrzeug verfügt über Alufelgen mit Allwetterreifen. Wir schauen einmal in den Innenraum. Dort sehen wir AGR Sitze und dann gehen wir einmal weiter zum Kofferraum. Hier hinten ist das Erste, was auffällt, einmal die abnehmbare Anhängerkupplung. In dem großen Kofferraum sind noch mal zwei Extrasitze integriert. Im Innenraum finden wir neben dem schon erwähnten AGR Sitzen einmal das Lederlenkrad, wo einmal links der Limiter und der Tempomat ist. Auf der rechten Seite finden wir die Freisprecheinrichtung. In der Mittelkonsole finden wir die vorhandene Sitzheizung auf beiden Seiten, die Klimaanlage sowie die Lenkradheizung. Einmal verfügt dieses Fahrzeug natürlich auch über ein Navigationssystem, mit dem Sie ohne Probleme in den Urlaub fahren können. Konnte ich hier Interesse wecken für den lichtgrauen Opel Saphira, der bei uns steht? Würde ich mich einmal über einen Anruf freuen. Mein Name ist Sven Ludwig, ich wünsche Ihnen auch noch ein bisschen schönen Tag. Meine Telefonnummer finden Sie unten in der Videobeschreibung.